Ich wünschte, Fam, ihr habt mich gefragt, was von den 237.000 Euro, die ich im Jahr 2022 umgesetzt habe, übrig geblieben sind. Für das Projekt 030 aus, was ich gestartet habe, habe ich monatlich 8.000 Euro Miete bezahlt, das macht im Jahr 96.000 Euro. Das Projekt hat kein Geld eingebracht, war also ein Minusgeschäft, aber das ist okay. Dann habe ich noch mein Equipment aufgestockt, PC, Kamera und so weiter, dafür ging gute 20.000 Euro weg. Dann habe ich noch Geld gespendet, kranken Menschen geholfen, da machen die aber jetzt mal ein X dran, weil das will ich für mich bei. Ansonsten habe ich das Jahr 2022 sehr bescheiden gelebt, ich hatte keine hohen Reise- oder Verpflegungskosten, ich fahre immer noch ein Auto aus dem Jahr 2008, ich würde jetzt einmal pauschal sagen 6.000 Euro. Aber jetzt kommt das Wichtigste, ich muss noch Steuern bezahlen, Umsatzsteuer, Einkommenssteuer und so weiter. Also wenn man jetzt von diesen 237.000 Euro ausgehen würde, könnte man pauschal sagen, dass ca. 45% an Steuern weggehen.